hallo liebe freunde ich begrüße euch zu einer neuen folge ali der bastler heute möchte ich euch zeigen wie ich mir einen beleuchteten kasten baue und zwar von innen aus beleuchtet vorne wird dann am ende hoffentlich mein logo zu sehen sein ein 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt hoffe ich, dass das Ganze passt. Also von der Gehrung her ist das okay, passt es. Aber da soll auch die Platte nämlich jetzt genau reinpassen. Jetzt werde ich nur kurz mal den Falz anschauen und mal ein bisschen abschleifen, ein wenig. Die Ecken und Kanten, damit es nachher beim Verleimen keine Probleme gibt, keine Unebenheiten und dann kann es auch weitergehen. Zack. Gefällt mir ganz gut, sieht sehr, sehr gut aus, die Gehrung passt. Die Platte liegt da schön drauf. Perfekt. Dann fangen wir an, hier den Leim aufzutragen. Schön, ordentlich viel Lärm. Ich habe mich viel, viel bequemer finde aus dem Glas und mit dem Pinsel aufzutragen. Schön satt auftragen. Lieber zu viel Leim als zu wenig. Und dann werden wir das Ganze schon einmal zusammentun. Dann ziehen wir das fest, klemmen hier fest und jetzt können wir nämlich an der Schraube drehen. Machen wir das so. So, da wir jetzt hier keinen Leim haben, können wir das hier erstmal schon mal reinlegen, damit wir sicher sind, dass das alles im Winkel ist. Gut, das werde ich jetzt erstmal so trocknen lassen. In der Zeit gehe ich mir einen Kaffee holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Dadurch, dass wir jetzt hier einen Falz eingesägt haben und diese Platte eingelassen haben, wirkt das Ganze natürlich jetzt etwas schmäler. Das Material ist ja normalerweise 19 Millimeter stark und jetzt ist natürlich nur noch die Hälfte davon zu sehen. Das macht jetzt den ganzen Rahmen natürlich etwas feiner und nicht so grob. Wobei anders wäre es auch nicht schlimm gewesen. Gut, ich werde jetzt den Spanner lösen. Mit dem Druckluftnagler haue ich da noch ein paar Nägel rein und dann ist das Ding eigentlich komplett stabil. Jetzt funktioniert das Ding hier. Sobald das Ding machen, das hat die Hälfte gewinnt. Sobald das Ding machen kann. Das ist das Ding. Ich habe das Ding. Was ist das? Spannungsgeladene Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So liebe Freunde, das ist die Rückwand. Die Rückwand, ja, bestehend aus zwei Teilen, die habe ich zusammengeleimt. Hier eine Verstärkung oder eine Verbindung sozusagen. Das kann ja ruhig an die Wand kommen und hier ist dann die Innenfläche. Die Innenfläche werde ich jetzt mit Alufolie bzw. Aluminium-Klebewand bekleben. Ich werde jetzt mal die gesamte Fläche hier mit abkleben. So, wir reden das jetzt mal um, dann schneiden wir die Kante entlang. Zack, 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 zack. Das tun wir auf Seite, jetzt kommt nämlich der Rang. Brauche ich nicht. So, ja, ich werde das wahrscheinlich hier an den Punkten, an den Ecken, wo es ja nicht richtig aufliegt, werde ich dann auch Heißkleber drum machen oder punktuell mal ein bisschen dran befestigen. So, Schrauben. Die könnten normalerweise, könnte man das auch draufkleben, aber ist jetzt nicht so wichtig. Oder sollst du das auch kleben? Das sehe ich ja, da ist doch ein Klebestreifen, Ali. Mann, 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 Mann. Ich bin so ein... Boah, manchmal bin ich so verpeilt. Mach mal einfach mal hier dran. Große MDF-Platte. Große MDF-Platte. Glaubt es mir, ich bin gerade so gespannt. Jetzt machen wir mal die Zwingeln ab, dann nehmen wir das mal ab und hoffen nur noch, dass es funktioniert hat. Liebe Freunde, ich bin endlich fertig mit meinem Projekt. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, die erste Version, die hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich das auch wirklich mit simplen, einfachen Dingen bauen wollte, hat aber nicht geklappt. Das gesamte Teil hat mich jetzt 30 Euro gekostet, die Plexiglasscheibe, die hatte ich da gehabt, da müsst ihr wahrscheinlich nochmal einen Fünfer oder einen Zehner drauf rechnen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, ob man das jetzt in die Werkstatt aufhängt, sich ins Wohnzimmer aufhängt, was man für Motive auswählt, ist natürlich euch überlassen. Wenn euch das Projekt gefallen hat, liebe Freunde, wie immer einen Daumen hoch und falls ihr sowas nachbauen wollt, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich würde sagen, ein schönes Wochenende, bis demnächst, mach's gut, tschüss. Zack, zack, dann hat man hier so einen Wechsel, cool, 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 grün, rot, blau.